Ihr könnt drauf, er geht jetzt wirklich wieder. Ich wollte gerade Pornokategorien. Ich möchte jede einzelne Pornokategorie zeigen. Nee, nee, geht wieder. Der hat irgendwas gemacht. Das kann ich ja im Nextplay machen, wenn wir gerade irgendwo warten. Also bin ich gerade irgendwo warten. Ja, sehr gut. Der Server müsste gleich nochmal ganz kurz restarten, weil ich... Boah, Alter. Ich mach mir nette Geräusche und keiner macht sich überall lustig. Was ist da los? Ja, nee, ich mach doch gerade was. Oh, ich erinnere mich schon an eine Challenge, die wir bald machen müssen. Also ich überspringe die auch, sag ich gleich. Ich hab schon gern Bock drauf. Schlimmer als Laborinthel. Ich erinnere mich. Als wir jungen waren. Wir immer rum, kein Weg zu weit war und wir jeden Tag rumkamen. Es geht! Ja, ich bin die ganze Zeit schon auf dem Server, du Spasti, Alter. Aber irgendwie... Also ich bin schon am Recorden, ne? Vom Ton. Warum restartet der denn eigentlich? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Aber das macht er nicht. Mit dem Ton können wir eigentlich nicht viel anfangen. Das war nur, wenn ich das Bild nicht aufnehme. Ja, musst du auch nochmal aufnehmen, ne? Ja, aber Wend ist noch nicht on und wir spielen ja noch gar nicht richtig. Das ist richtig, wir sind ja gerade noch im Preload-Mode. Ja. Mein Kuhi steht mal ganz kurz auf und nun ist ein Pudding. Dein Mutter-Produkt. Hey, warum macht er das jetzt nicht? Es nervt mich, dass er die ganze Zeit steht, Server Restarting. Was ist das? Jetzt funktioniert der wieder. Der hat schon richtig Angst bekommen, als wir mein E-Mail bekommen haben. Angst. 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 Was ist denn das, Mann? Das nervt mich. Hm. Der Server ist noch offen, ne? Hm. So wie deine Mom. Das ist natürlich echt komisch gerade. Naja, das war's. Der Join of the Game. Das ist mir doch egal. Auf jeden Fall funktioniert der jetzt wieder. Hm. Ja, okay. Seid ihr denn jetzt on? Oh. Teleport von Filmmaster to Jürgül. So, wo seid ihr denn jetzt hier? Ich mach einfach mal da wieder weiter. Ach ja, das war die Scheiße. Jo. Also ich hab den Raum fast gecleared. Alessandro muss nur noch... Erwartet mal dann. Bis ich ganz kurz die Aufnahme starten. Alessandro, du recordest schon den Ton? Ja. Wo müssen wir... Ich weiß aber nicht, wie wir das abgleichen wollen. Ja, das frag ich mich auch. Wo müssen wir das... Warte, warte, warte. Wir machen das gleich. Bildschirmaufnahme. Jo. Ja, ich weiß, glaub ich, wie. Ja. Ich weiß auch schon, wie. Wo muss ich denn jetzt hier mitmachen? Hallo? So. Wie? Was musst du mitmachen? Ja, wo denn? Von der Pflicht ist es für ein 3... Hey, du musst von hier anfangen, wo ich jetzt hier gerade bin. Hier. Ja, dann dauert es aber wieder ewig, bis ich das alles mache. Ja, Wayne ist... Alessandro ist auch noch nicht weit. Ja, weil ich bin doch der King. Ich geh doch hier ewig durch die... Ja, siehst du. Deswegen dauert es nicht lange. Ich bin wie gesagt auch altfällig. Ich mach jetzt die Letzte. Recordest du schon? Ja, ich recorde schon. Also, wie synchronisieren wir das jetzt? Naja, du... Alter. Weißt du nicht, wir brauchen irgendeine Nachricht. Und ich sag die dann. Und dann war es so... Es muss etwas total ruckartiges sein. Ach ja, man darf die auch verstellen, ne? Ja, ja, die darfst du verstellen. Wir brauchen jetzt auch mal ein Intro, ja? Also, ich muss irgendwann mal sagen, ja, jetzt geht's los, Leute. Ja, das war doch das Intro. Du musst dir mal vorstellen, wer bist du? Was machst du? Was? Nein, Mann, das ist geil. Wir fangen einfach so an. Ich finde das schon bei Pizzi so mega-homo. Ey, Leute! Was geht? Pizzi mit dir. Wenz mit dir. Ich bin zu euer Ungespielt. Ich find's ungelutscht. Ja, das haben wir, weißt du, als wir Däner Ungespielt auf dem Longboard in der City gesehen haben. Ach ja, die haben mir so eine Tour gemacht, hat mir jemand von der Uni erzählt. Was die so eine Tour durch Deutschland gemacht haben oder so. Ja, und wir haben in der Stadt einfach zwei mit Longboard gesehen und meinte alle so, ach, Däner Ungespielt. Das ist Reulen, ey, wirklich. Ey, jawolleck. Wir machen ein paar richtig gute Videos, wie man sich seine Rasterlocken flechtet. Und die Arschhaare dann mit einintegriert in die Flechtkunst. 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 Das ist doch ein 1, 2, 3, 4er, ne? Alter. Kann ich mich selber fragen? Ich schreibe jetzt was. Ey, da kommen wir doch gar nicht rüber. Hallo. So weit ich das abgeschickt habe, werde ich es vorlesen. Und das ist dann dein Signal dafür, dass ich es synchronisiert habe. Es wäre praktischer, wenn du zum Beispiel ein A schreibst und dann ganz laut, wenn du auf Senden drückst, A sagst. Ist aber ganz ruckartig, da ist ja so ein Ausschlag in der Tonspur. Okay. Das sind noch welche Challenges machst du? Muahaha 3. Ich habe keinen Bock, das nochmal alles zu machen. Du machst das jetzt aber. Das ist doch langweilig, Mann. Das ist euer Michael Obermeier hier. Das ist nicht langweilig, weil wir alle ja im selben Raum noch sind. Ich bin ja auch hier im selben Raum mit euch. Ja, das interessiert mich nur nicht, Leon. Jetzt haben wir gar nicht geguckt, ob die Lautstärke stimmt. Nicht, dass Zuschauer sich beschweren, weil sie zu leise sind oder zu laut. Also die Fresse. Ach ja, das können wir ja von vorerst gleich sagen. Im Vorfeld. Uns ist es scheißegal. Scheißegal. Ist hier eine Leiter, Alessandro, oder muss ich da hinten auf die? Das können sie jemanden sagen, wirklich. Alessandro? Hä? Muss ich hier an die Leiter oder muss ich da hinten auf die Tür? Oder dahinter, beziehungsweise? Ja, da auf die Tür. Achso, okay, gut. Uhlala. Aber jetzt startet er nochmal neu. Und jetzt ist es da weg. Jetzt hat er es endlich mal gemacht. Ich habe das vor 20 Minuten angeklickt, Alter. Ja, halt auf die Fresse, du Hure. Fließt gleich mal, oder? Ja, das bin ich gerade schon getötet. Oh, oh, komm. Zähl mal noch auf. Ja, jetzt nicht wieder. Ja, geht wieder. Ja, kann passieren. Sonst hätte ich halt einen Cut gemacht. Einen harten Cut? Oh, scheiße. Jetzt stehe ich eigentlich schon wieder. No flame, no hate. Bitte nicht flame in den Kommentaren. Nee, alles. Sonst stelle ich sie aus. Sonst mache ich hier nur PewDiePie und stelle die aus. Ich dachte, du bringst jetzt ein heftiges Bit. Oh, ist das nicht dieser mega schwere Sprung? Hier gibt es keinen mega schweren Sprung. Soll ich, oder willst du es zuerst? Ist mir jetzt egal. Seid ihr schwul, oder was? Ich gehe so rüber. Ja, ich gehe nach links. Leer an X, Mann! Ja, Dehner. Dehner! Alexander, wie schaffst du es eigentlich, dass deine Rastseinlocken immer so nötig aussehen? Oh, Mann, ich bin einfach runtergefallen. Das ist, wenn meine Mutter damals verraten hat. Das werde ich aber nicht kund. Die Zuschauer wissen ja gar nicht, dass du ganz schön lange Rastseinlocken hast. Ja, das ist richtig. In der Dart? Kann man auch auf deiner Facebook-Seite sich anschauen, die da heißt, Alexander mit 4 und 3. Müsst du darauf achten, auf die Rechtschreibung. Also, der Nachname heißt halt mit 4 und 3, ne? Ja. 4 und 3. Mit 4 und 3. Mit 4 und 3. Da sind wir 4 und 3. Liam, halt die Fresse. Du hast gleich nur noch 3 Zehen am Maul. Habt ihr euch übrigens in das Bett hier reingelegt, was ich hier hingestellt habe? Habt ihr dir deine Mom reingelegt, ey? Boah, Alter, das war noch immer jetzt richtig kreativ, ey. Habt ihr eigentlich auch so Würstchen in meine Mom reingelegt? Ey, ich fall jedes Mal runter. Ey, ich fall hier jedes Mal runter. Ja. Ich fall hier jedes Mal runter. Ja, und jetzt? Jetzt kommst du auch nicht weiter, ne? Das war kein Spitz, ich hab's einfach nur so ausgesprochen, als ob's einer wäre. Krasser Typ. Ja. Ja, ich bin halt Farid Bang. Boah, ich will das jetzt beenden, damit ich euch geile Sachen vorlesen kann. Wie das gerade mit Rimming. Jetzt komm, geht er hoch, Mann. Ey, du bist aber echt scheiße. Du bist so ein Loser, wirklich. Das ist mir scheißegal. Das ist mir scheißegal, Mama. Ich kippe dich gleich alles an. Oh, 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 oh. Alter, wie junger, wie fickrig das hier gerade ist. Ja, lol. Ja, das war auch. Lol. 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 Nee. Richtig. Nee, das ist nicht machbar. Das ist ein Vierer, Junge. Alter, der ist nicht machbar. 1,4 nicht mehr machbar, sagst du? Ja, du kannst das gar nicht ausstellen, das ist nicht machbar, das hätte ich gekackt. Hm? Wien, Wien, bist du auf den Maul? Wien. Wien, Wien. Wien, bist du auf den Maul? Ich glaube, Lian will mach ich halt auf den Maul. Das ist richtig streng, ey. Das ist immer richtig stressig. Das ist wahr, ey. Ey, ich hasse es manchmal, wenn er nicht abspringt. Und... Lian, bei welcher Challenge bist du eigentlich? Bei der letzten, aber ich gebe die Challenge sowieso. Aber dann müssen die vorletzte sein. Ja, beim vorletzten Checkpoint. Block 4, 5? Block 5. Okay. Wo bist du denn? Bei Block 3. Die sind doch alle mega einfach, die Challenges. Die habe ich hinterher dann weggemacht, die nichts. Ja, aber ich... Da kommt so ein Schwuler, das ist, glaube ich, ein Vierer auf Türen, Alter. Auf den Türenren. Ein Vierer auf Türen. Ja, ganz genau. Ich bin gerade noch nicht richtig eingespielt. Ja, eingespielt. Alter, Wayne, mach dich mal laut. Wayne, mach dich mal laut, aber du bist mega leise. Nö. Doch, sonst würde ich die Zuschauer nicht. Ist mir so egal. Du bist doch... Du bist doch... Du musst doch... Werde auf die Qualität legen. Nee. Ich kriege da kein Werk drauf. Was? Von mir aus kann es aber nur hingeschissen sein, das Video. Soll ich dir nochmal drohen oder was? Warum falle ich denn jedes Mal runter, Mann? Das ist so schlecht. Das ist ein Stück Scheiß. Diese Falltüren gehen mir so auf den Sack, Alter. Meinst du Trapdoors? Trap. Gio, wie heißt das? Trapdoor. Trapdoor. Wie sollte Gio Trapdoor sagen? Alter. Dann falle ich den da jedes Mal runter, Juli. Du, ich hätte die Jelten schon 20 Mal gemacht, aber irgendwie bin ich gar nicht in Ordnung. Ich überstelle mir das Business mit Web. Es ist Gio. Ja. Ich weiß, es lobt nicht weiter. Ich auch nicht. Weiß nur, dass von Spongebob... Spongebobster so irgendwie so ähnlich geht. Ich bin Gio, bla bla bla, und dann Zwecke rein, du Scheiße, oder so. Ach, du bist Gio? Ich dachte, das war Spaß. Verstehe ich. Na, Mann, ich bin Patrick. Bang, Alter. Denn ich ist auf... Ich fand neulich auf der Spitze von einem Eisberg Salat und machte aus dem Eisberg Salat. No. So, alles andere. Jetzt könntest du ja mal ein paar coole Spitz bringen. No. Willst du mir zum Beispiel einen Pokal überprüchen, oder so? Ey, der springt jedes Mal nicht ab, dieser Dulli. Wird so ein verkrüppelter Bein. Warte, Junge, der. Ich hasse das, lieber. Was gibt's heute? Das ist mir jedes Mal. Ja, alles andere, das ist hier meine Child. Ich mache die hier. Ich soll... Ja, Leute, kann ich natürlich nicht bringen. Was Lian eigentlich heißt, kann ich natürlich nicht sagen. Kannst du das halt nicht, weil du einfach ein Gehirn wie so ein Goldfisch hast, weil der schon gar nicht mehr weiß. Doch. So, was weiß ich. Oh, wenn du mich behindert, ey. Die Gehirn wie so ein... Ich brauche jetzt ein Tier, das dumm erscheint. Alter, was ist denn los? Geh mal weg, Junge. Dass ein Dumm erscheint. Goldfisch haben einfach ein Schiss ins Gedächtnis sein, aber auch nicht. Ich hasse dich einfach. Goldfisch haben einfach einen geschehen. Dass ich ein kluger Typ bin, das wissen doch die Zuschauer. Schließlich können sie auf unserer Website, herrencreme.tv, unsere Zeugnisse einsehen, den wir da hochgeladen haben. Der Streberkanal Deutschland, ey. Finde ich geil, der von jeder scheiß Prüfung, die man auch an der Uni hat oder sowas, alles erstmal hochladen, ey. Fragt sich echt, da gucken wir sich bestimmt welche an. Livestreams zur Klausur. Ey, wenn Pete das machen würde, würde ich... Ich bin jetzt bei Checkpoint 5. Hallo. Ja, das interessiert keinen. Hallo. Ja, wie? Hier steht Checkpoint 5. Hier bin ich jetzt. Achso, ja, ja. Ja, das weiß ich nicht. Das alles haben wir ja auch. Ich bin da auch. Lauch. Bauch. Aber auch nur, wenn ihr den vierten nicht übersprungen habt, dann hab ich nämlich erst übersprungen und musste ja nochmal zurückgehen, damit alles regelkonform ist. Ein Checkpoint übersprungen ist ja regelregelig. Wie ist das Wort? Nein, das haben wir nicht. Ich hab das immer so gemacht, wie ich die Challenge jetzt gesehen hab. Kein Plan, ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, dass die Zuschauer uns flamen, weil wir Sachen überspringen. Scheiße egal, ich hab keinen Bock mehr auf diese Challenge. Das ist sowieso eine komplett andere Challenge als im letzten Video, ey. Hast du mal eine Compilation, ne? Ja, wir machen nur Compilations. Ja, wir sind, äh, wir sind Pieps und Pieperl. Schnei einfach alles weg, was unwichtig ist. Richtig. Was uns als Gott unwichtig erscheint. Hä? Uns als Schöpfer. Was ist das denn jetzt? So, wo muss ich jetzt hin? Wie kommt es eigentlich, dass wir auf einmal hier stehen, wenn wir doch in der letzten, das war doch das letzte Mal, als wir gezockt haben, oder? Jetzt ich das auch aufgenommen habe. Da waren wir doch noch mit in diesem Raum. Du hast nur eine halbe Stunde gezockt. Äh, aufgenommen. Ach ja, danach haben wir dann auch... Hey, Lian, bei welcher... Ach, du bist auch bei der Challenge, wo bist du denn runtergefallen? Hä, Lian? Wo bist denn du? Lian, ja, bis dahin bin ich auch... Ja, ja. Lian! Ich bin auch deutlich weitergekommen. Ja, welcher meinst du denn? Ich bin so da oben, siehst du... Ja, sie wird dir das zeigen, ey. Ich komme da hoffentlich gleich hin, dann kann ich es dir zeigen. Ist auf jeden Fall ein echt brutaler Sprung. Ist, wie gesagt, ein Vierer, meine ich. Ja, muss ich mir vorangucken. Auf diesen scheiß Törer, ey. Das geht auch echt gar nicht. Das ist echt... Das ist nicht real. Ja, sag mal, wenn du da bist. Das ist nicht real. Hier, Lian. Ja. Bin da. Oh, warte, warte, lass mich mal ganz kurz hier rüber gehen, wenn ich das besser sehe. So jetzt. Was ist das? Okay, von so einem Viererabstand, sagst du? Ja, das ist doch ein normaler Vierer, oder nicht? Guck mal her. Ja, ja, ich sehe dich doch. Ist das ein Vierer? Ich weiß nicht, aber ich glaube, es ist ein Vierer. Aber, Junge, das ist wieder mit dem Rücken zur Wand. Ey, das ist so nicht machbar, man. Ich sehe dich doch mal. Ich sehe dich doch mal.